Als Organspendebeauftragte begrüße ich die Widerspruchslösung sehr, weil sie uns nicht dazu verpflichtet, Organspender zu werden. Das bleibt weiter freiwillig, sondern uns mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen. Und sie nimmt den Angehörigen im Falle des Zustandekommens die Entscheidung, was hätte er gewollt, wenn wir denn Bescheid gewusst hätten. Sie entlastet. Meine Empfindung war, dass es für die Angehörigen, wenn man die angesprochen hat, dann ist es viel einfacher, wenn die wissen, mein Angehöriger hat nicht aktiv dagegen gewehrt. Und dann fragt man wie früher, ob sie damit einverstanden sind. Das bedeutet doppelte Widerspruchsregelung. Die Gespräche sind für die Angehörigen viel einfacher, da sie wissen, mein Betreffender, worum es geht, war aktiv nicht dagegen. Und er hat sich auch in unseren Gesprächen über 30, 40 Jahre niemals geäußert, dass er das nicht möchte. Wenn er das geäußert hat, dann wissen die Angehörigen das und dann sagen sie nein.